weil ich weiß ich das waren wir bleiben bei unserer mission ja ein bisschen zu durch würde ich ja groß stimmt geht aber die war bitte links an der insel vorbei da kommt der steht nein 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 falsche richtung genau weil wir wollen an den steg kann das ist doch egal hauptsache wir kommen an sehr gut bei sonnenuntergang hier oder das ist aufgang muss das in der gang rum war ja gerade die ganze zeit tag besten ja dann rum mit dir ja und captain steht am steuer captain sagt wenn er segel will er sagt er uns schon einmal nur noch ein viertel gehen ja oder nicht gleich ein bisschen schnell ein segel ist drin ich darf die truhe nehmen oder kannst du machen wir haben anker ich glaube anker brauchen wir da gar nicht wir sind näher ran noch näher ich nehme noch hier in der piste mit haben wir noch einen schatz die den lauenmarkt auch wieder beim gold oder würde ich sagen das sind schon mehr vergrößerung von deinem hund das kann ich noch mehr futtern was noch digger wo sind die leiter da drüben du musst da wo sie beim letzten mal war ja ich kenne da immer wieder um okay ich die schätze gold oder ich wollte beim handelsbund muss sich das ich trage also ich bin ich war dabei auf euch madame olivia genau bei mir bitte so ich nehme das fernglas soll schon abgeben läuft die kamera äh fragt skinwalker fragt nicht mich fang an ja habe ich schon du musst es auch noch äh genau so oh oh so 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 Da kommt ein andersher. Ah, schießt die. Weitrinken? Eieieiei! Alle Feestfolger! Unter uns steht bei jemandem, der schiebt und wahrscheinlich steht nicht. Na, wir hören mal drauf, dass sie peaceful ist. Okay. Das stimmt, hier macht ihr einen, äh, mitströmigen Klang. Eieieiei! Habt ihr auch einen Kompass bekommen? Ja. Jo. Gut. Jo. Dann müssen wir jetzt nochmal mal los starten. So. Ja, um die anderen kümmern wir uns jetzt erstmal nicht. Wenn die uns nichts tun, tun wir denen auch nichts. Kann man die Kiste verkaufen oder brauchen wir die noch? Probier's! Was? Ich denke mal, wir haben jetzt den Kompass. Wo sind die anderen? Da drüben. Und was finden wir da jetzt mit dem Kompass nochmal? Ja, das werden wir dann sehen. Wo ist der Kompass? Da. Warte. Warte. Kann mir alles abgeben. Der Kompass zeigt nach. Auf unserem Schiff noch ein bisschen Zeug. Nordost nicht. Guck mal, ob ihr das abgeben könnt. Also, ich seh nix mehr. Ich würd mal die Skelettruhe vielleicht noch behalten. Wir haben noch einen Aschesschlüssel. Ansonsten haben wir nur eine Obstkiste und eine Holzkiste. Sonst nichts. Echt? Ja. Und Aschesschlüssel kann man nicht abgeben. Lass uns abhauen. Jo. Wir kümmern uns schon mal um den Anker. Der Käpt'n kann ja an. Und schon mal volles Segel. Gut. Das war nicht klar. Ach du. Äh. Äh. Oh, wir haben Löcher. Ja, hast du das grad nicht gehört? Nein, ich doch nicht. Ja, werde ich nicht schön auf ihn lassen planten. Okay. Wohin? Warte Sekunde. Ja. Nordosten. Kompass. Genau, jetzt fahren wir richtig. Gerade stellen. Sieht schon cool aus, der Kompass, ne? Ja. Ich hab noch kein einziges Mal gesehen. Und wieder, wie beim letzten Mal, ein Kompass, der nicht nach Norden zeigt. Hehe. Sohre. Schöner Folgentitel. Schon wieder. Ja. Bloß das Pulver hab ich schon verschossen. Ja, ich nicht. Käpt'n Jack Sparrows, äh, Kompass. Ja, der hat ja auch nie nach Norden gezeigt. Naja, der zeigt dahin, wo du hin musst. Ja. Und das ist nicht Norden. Ja. Unserer ist auch verzaubert. Damit hatte ich ja die eine Seereise, äh, in Folge 1 begonnen. Ein Kompass, der nicht nach Norden zeigt. Ja, stimmt. Erste Folge. Der, äh, siebten Staffel war's, oder? Ja. Das ist ja jetzt schon die achte Staffel. Ha. Und die wird sich mal richtig lange dauern. Stimmt. Weil es ja jetzt die zweite Mission ist. Ja, dann ist die neunte schon. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das in ein oder in zwei mache. Gehört ja eigentlich zusammen. Theorie. Oder wir machen halt die ganze Storyline, als eine Storyline. Ja. Sorry, Staffel. Ja. Leute, da geht ihr halt über etliche Folgen. Habe ich kein Problem mit. Gar nicht. Das ist der Außenposten da. Immer geradeaus. Bei mir zeigt das direkt auf den Außenposten. Äh, auf den Seeposten. Seeposten? Nee. Ich würde mal sagen, wir machen mal hier ein bisschen schneller. Oh ja. So, mal einen Nachbrenner reinlegen hier. Mhm. Ja, doch. Fällt der Seeposten sein oder die Insel dahinter? Äh, nee. Jetzt zeigt er schon vorbei. Der Seeposten würde ja... Das ist dahinter, diese größere Insel. Ich höre das jetzt eigentlich noch zu der, äh, zweiten Mission oder das? Ja. Nee, nee. Das ist alles eine Mission. Wir haben den, äh, Schattenbannen gemacht. Und das ist das nächste. Ja, insgesamt ist eine große, die aber in Meere unterteilt ist. Ja. Stevens Boy, waren wir da schon? Das ist der Außenposten, äh, der Seeposten hier. Aber nicht der von letztes Mal, wa? Ja. Ich weiß es nicht, wie der hieß. Da hat's mir nichts angezeigt. Okay. Oder zumindest hab ich's mir nicht gemerkt. Egal. Also bei mir zeigt er direkt auf die große Insel da hinten. Ich glaub, da können wir mal anklopfen. Anklopfen. Ich hab's jetzt eigentlich im Buch was neu ist. Nee. Okay. Also wir brauchen jetzt nur noch einen Kompass. Ja. Das war ja die Idee. Sie hat ja aus den, äh, Artefakten, die wir geschickt haben, äh, gefunden haben. Ja. Hat, äh, den Kompass hergestellt. Okay. Und was hat sie gesagt, was wir dort finden? Ha. Gute Frage. Das, worauf der Kompass zeigt. Keiner hat aufgepasst. Das wünschen wir am meisten. Was ich mir am meisten wünsche? Ja. Keine Ahnung. Also ich im Moment einen Burger. Ha. Nee, komm, vergiss es. Ich mach doch nicht hier die ganze Reise hier über etliche Folgen und krieg dann am Ende bloß einen Burger. Da müssen schon Pommes dazu sein. Ha. Ein Pommes mit Rot-Weiß. Ha. Ha. Rot-Weiß. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich seh nix. Also wenn hier vorne stehen und wenn da ein Felsen kommt, schreien. Ja. Nee, so kann ich nicht die Grosse. Oder ich fahre weiter weg. Äh, fahr mal so, kannst du mal hochklettern. Ja. Mach ich mal nicht. War das, ist ein Jahr Felsen oder ein Jahr Ote? Felsen! Sind wir geil. Nein, alles in Ordnung. Ah, der Nebel hat... Ah, ja, oben wird's klar. Aber Leute. Habt ihr immer noch gelichtet? Nee, der Nebel hat sich gelichtet. Bleib auf Kurs! Wo fahren wir denn überhaupt so hin? In welche Hummelsrichtung? Ja, keine Ahnung. Äh, warte. Nordau. Also wir sind jetzt gleich in diesem grauen Ding. In dem Teufelsding. In Devil's War? Ja. Wir fahren da hin, wohin uns der Kompass führt. Also nach jetzigem Stand ist es direkt die Insel vor uns da. In den drei Spitzen. Mhm. Es ist, glaub ich, die kleine dahinter. Die, äh, Silver Retreat. 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 Wollt die noch ein, zwei dahinter. Ich glaub, wir reden aneinander vorbei. 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 Ne, ne, weil der zeigt ja nicht direkt auf die Insel. Ja, ja, wir fahren an den Felsen jetzt noch vorbei. Ja, ja, genau. Guck mal, die kleine Insel daneben eigentlich. Ich mein jetzt die, die da recht davor steht. Hm, der zeigt da nicht direkt drauf. Weil wenn wir ab sind, können wir das ja testen. Ob er dann auch ab zeigt. So, ganz klar ist es mal so. Also meiner dreht sich langsam, wenn wir vorbeifahren. Ja, aber nicht auf die Insel. Doch. Doch. Geh mal einen Strich nach Backbord. Okay. Also bei mir zeigt er die ganze Zeit auf die Insel ein Haus. Also das ist echt... Meiner ist jetzt gerade. Okay. Vielleicht wünschst du dir keinen Burger, sondern eine Pizza. Ne, echt nicht. Ich hab grad keinen Hunger. Ich schon. Äh, das ist die Insel da hinten. Guck mal, wir müssen an den Spitzen hier vorbei. Das hab ich doch gesagt. Ja. Also die ganze Zeit hab ich's gesagt. Also ich sag immer noch, dass es hier ist. Dass es nicht die große ist. Dann die eins dahinter. Ja. The crooked masts. Also meiner dreht sich immer noch auf die Insel. Äh, mein Kompass dreht sich. Ja, meiner auch noch. Wir sind da. Wir sind da. Es ist doch nicht die Insel da hinten. Ich sag's doch, Leute. Ich sag's doch, Leute. Ja. Es ist die. Definitiv die. Ja. Okay. Ich nehm das vordere Segel raus. Ja, ist ja gut. Hauptsache... Da oben glänzt was. Ja, da vorne ist... Mach mal vielleicht nen Anker rein. Ja. Sehr nett. Ich hol' nen Anker wieder hoch. Mal schauen, ob's diesmal geht. Das letzte Mal. Wartet doch aufs Kidwalker. Da auch noch was. Na, jetzt hat's die Panone. So. Äh, komm zu mir. Da auch. Warte. Ähm. Ach, ich wollte ja Munition mitnehmen. Ob ich das schon wieder vergessen hatte, was er eigentlich tun wollte. So. Setz dich auch her. Da oben glänzt was und der Kompass zeigt genau dahin. Jo. Okay, dann bring' uns mal bitte zum Strand. Hm, alte Taste gedrückt. Hehehe. Ah, ich seh's glänz'n. Eine Truhe. Die zweite Örste sind da Säcke, ey. Na. Naja. Ein heißes Wetter. Leichtbatrose, der Ocean ist nicht abgeschlossen. Wie bist du jetzt an mir vorbeigerannt? Ah, ist nur ne normale. Aber hör, ich hör jemanden. Rixi! 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 Anlegen! Drei. Zwei, eins. Feuer! Wow. Wuhu! Äh, nein. Wow, ist sie gut. Nein, ich bin endlich Ich kann sie jetzt haben, ich kann sie nicht so gut Ich brauche mal sowas wie ein Sprengpast Nein, das sind ja wenig Also, keine Ahnung, ich bin in der Kühe in der Kühe Ich bin ja nicht Hat sich runtergeschnitten? Wo ist denn die? Wo ist denn die? Hilfe! Da hinten ist er Hier! Wo ist hier? Wo ist hier? Hast du keine Kopfhörer? Oh! Der hat mich runter geworfen, ich bin rot Tolla die Waldfee! Die hat mich bis zum Boot geschmissen! Hä, echt? Ich bin wieder an Bord! Nein, ich brauche echt Hilfe, Leute! Ich bin auf dem Boden aufgeklatscht unten Ich bin tot Ja? Ja! Ich heile mich gerade! Ich habe nichts zu essen gehabt! Ich glaube, es wird nichts! Ich bin eh tot! Wir werden noch nicht besiegen, danke! Ja, ich bin eh tot! Ich kann da nichts machen! Okay, wir treffen uns auf dem Schiff! Okay! Ja, es hat ja jetzt nicht so zu 100% funktioniert! Regenfrage, was hast du erwartet? Dass es funktioniert! Wollen wir sofort die Kanonen locken? Ich glaube, die verschwindet von da oben nicht! Bis da mehr oder weniger fest geht! Nein! Und rechts ist das Schiff! Okay, Himmelsjäger, du bist da! Ne, ich bin schon wieder weg! Farmers, wo bist du? Ich bin gerade in der Tür! Angriff! Bin wieder da! Okay! Ich komm wieder mit voller Mundjock! Setz dich in die Kanone! Ja! Kommen! Das Ding teleportiert sich gleich wieder! So, wir müssen zusammenbleiben! Jetzt stehe und sterbe! Ich bin zu stark für dich! Ich bin zu stark für dich! Ich bin zu stark für dich! Himmelsjäger, warte mal! Gibt es hier irgendwo eine Munizierung? Okay, hallo! Ah, mich hat ein Stein vergiftet! Oh, jetzt komme ich hier nicht rauf! So ein Mist! Oh, ich bin gleich tot! Oh, ich bin gleich tot! Greif doch nicht an! Ich renne ja weg! Ich tue nach einer... Ah, ich habe eine! Kommst du? Ist genau das? Ja! Ja! Bin wieder voll aufhullig zu mir! Wo bist du? Hä? Halt! Unten! Äh! Oh! Oh! Wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo! Äh ne link ist... Holy! Holy God! It's nothing personal! I just really want to kill you! Aua! Ehh! Scheiße bin tot! Oh, ich bin schon wieder tot. Vergesst es. Wo seid ihr? Hallo. Bin tot. Ja, wo ist das Vieh? So eine Frage. Hier drüben. Ich habe hier ordentlich einige Probleme. Okay, Taktikänderung. Wo? Achso, da! Sag doch was! Hilfe! Alter. Ja, reich dich auch. Wie ist die Laterne? Äh, ja. Warte, ich versuche dich zu holen. So. Äh, nee. Tat abgeschlossen? Also, sie lebt auf jeden Fall noch. Das kann es nicht sein. Okay. Wo seid ihr? Auf der Fähre, der verdammt. Ah, okay. Dann warte ich auf dem Schiff auf euch. Ja, bitte. Wir machen das zusammen. Kannst du schon mal die zweite Kanone ausrichten? Ja. Wir sollten eine Taktikänderung machen. Einer kümmert sich um die Dame. Und die anderen um den Kleinkram. Ich glaube, so solltest... Du musst da unten in diese zwischen da rein. Wie, zwischen da rein? Dann da. Ein bisschen zu tief. Das gehen wir unten. Wir sind wieder da. Ah, Mist. Jetzt habe ich auch noch... Da oben. Da oben ist er Käpt'n. Achtung. Nee. Die Zauber hat es direkt da. Ich bin noch auf der Entwürfe. Oh. Ich muss nur noch kurz was essen. Die ist schon wieder weg. Da unten. Die Flange greift durch die anderen. Gut, nicht. Vorsicht. Vorsicht. Oh. Will jemand vielleicht... Ich hole dich. Ich hole dich. Ich hole dich. Irgendwo erlebst du noch? Ja. Hab ich dich? Shit. Ich will wirklich... Ich will wirklich... Ich will... Ja. Fuck. Ich will... Ich will... Jetzt bin ich auch tot. ...mit zwei Waffen kommen. Leute, das wird so nichts. Wir müssen mehr zusammenarbeiten. Lass uns lieber zwei... Fernkampfwaffen nehmen. Dann können wir... ...schön auf Entfernung... Ich werde doch die Schrotflinte nehmen. Ja, die Schrotflinte habe ich... Fernkampf, nicht Nahkampf. Vielen Dank.